Waldemar, ja klar! Und Schaufler! Mega-Tumbo um Schaufler! So, hast du noch eins? Ich weiß jetzt nicht. Nee, Sandgraben. Haha, daneben muss ich auch stehen. Lammrad. Stützen wir bis jetzt nochmal ein bisschen. Und... Ja! So, auf Wiedersehen! Ich liebe die Musik hier, ey. Unglaublich! 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 Kaufen Sie jetzt, was auch immer. So. Hm, siehst du, ist trotzdem verboten. Na, leck mich doch! Pfff! Mal gucken. Ähm... Ähm, den nehmen wir jetzt mal statt Igel Lava. Ja, mal warten. So. W- Okay, weiter geht's. Weiter geht's. Was zur Hölle? Hey! Verdammten, Jungs! Skater! Derek! Hallo Derek! Derek, der Mann! Schwalbini und Fimtbrut. Das ist relativ vieles. Okay, Schwalbini und Schwalboss. Schwalboss ist cool. Ich hab' auch immer damals Tauers gemacht. M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m. Wir hypnotisieren vor allem. Ne, parallel gehen. Confusion! Hey! Was, du lebst noch? Hunter Penner. Oh, du ist doch wird. Komm, tötet dich selber. Ja komm, tötet dich selber! Hat sich selber getötet! Ah ja, hat sich selber getötet! Oh, du bist so ein Mistling! Ja, du Spitz! Ein Leveler? Shit! Sternschauer. Oh, gerne. Sternschauer ist immer recht nützlich. Eins, zwei, drei und schmups! Sternschauer erlernen. Jetzt komm mal warten, bis Psyana Psystrahl oder so erlernt. Boah, Tode ist tot tot! Dönerwelle! Der Döner! Beweg dich nicht mit Penner! Ist paralysiert. So, Psyana wird gleich ausgetauscht. Ähm, ja, Psyana wird jetzt ausgetauscht durch Nachthara. Das Ding hat, glaube ich, keine Psycho-Attacke drauf. Und, von daher... Da braucht Nachthara mal ein bisschen Training. Oh, ne, muss ja auch mit einbekommen. Was ist das denn? Ach man, du bist nicht paralysiert. Du misst auch den. Voll, das soll ein Volltreffer gewesen sein. Das ist ja ein Lachkeks. So, hat ihn nicht schon Psyste? Offenbar nicht. Eben Biss. Jaaa, töten! Na komm, kill ihn. Volltreffer! Hast du abgefeffert? Hut, Hut, Tode besiegt und geht flöten. Hey! Bumm, 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 bumm! Zu stark für mich! Müssen sich immer gleich alle hinsetzen? Es ist unhöflich! Es ist unhöflich sich hinzusetzen in Gegenwart von anderen! Ich bin zu schwach! Ich bin scheiße! Ich bin schlecht! Hier, einmal aufhören bitte! Blub, 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 blub! Blub, 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 blub! Ah, Pokémon sind wieder am Mund! Nein, 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 nein! Reicht schon! Danke! Einmal reicht! So, Psiana wird jetzt ausgetauscht, meine ich! Ausgetauscht durch... nach Tara! Und ihr müsst mir nicht in meine Trainingsart reinreden! Ich komm schon irgendwie klar! Ich weiß, Leute, ihr meint das immer alles nur nett, dass ihr mir helfen wollt! Aber ich komm schon alleine klar, keine Angst! Ich komm allein klar! Der gute Shadow wird das schon daigseln! Neeeheh! Neeeheh! Oh, come on, ja! Rockerlist! Vokalist! Lucalist! Rist! Boah, Lavita! Schmerbe! Schmerre... Ich kenn das Ding! Was mir immer auffällt, ich spiel jetzt eigentlich die erweiterte Version von dem, was Nate gerade macht! Oh, Donnershop! Ähm... Schmerke macht... Bodentyp? Versuchen wir es! Ich bin mir jetzt grad unsicher! Maik macht ja Pokémon Stadium 2! Und ich mach einfach was, was mir storylastig ist! Schwuchtel! Ah, ja! Schwuchtel! Au! Macht doch weh, du Penner! Gibt's da ja aufs Maul! Energiefokus! Brummt sich auch! Hier sieht's wenigstens noch gut aus! Pokémon Stadium sieht aus Kacke aus! Ja, keine Wirbung! Keine Wirbung! Nee, ähm... Noch noch das anders! Ähm... Hobelow, was ist das du für Angriff? Oder ist das irgendwas Nützliches? Schlafe wieder! Ähm... Nocturk? Hast du da was? Göser Reflektor! Der ist auch noch schlechter! Ja, komm, bleiben wir bei Barzi! Der geht da doch schon irgendwie hin! Ah, nein! Komm her! Komm her! Kruppelschlag! So, das dürfte ich hinhauen! Och, Mann! Wie ist das Lavita eigentlich kein Krypto? Das wär jetzt richtig gut! Tut doch weh! Lass das sein! Mann, du Scheiße! Steig zurück! Aha! Bis ist immer noch gut! Doin! Ja, ja, ja! Gut, das funktioniert! Ähm... Wie meint das jetzt am Schlausten? Geht jetzt... Ich weiß noch, damit das Lavita fällt, und damit geh schon auf... Äh... Schwabbel! Schwabbel! Schwabs! Damit hält sich das nämlich schon beeindruckt! Ich glaub, andersrum wär's nicht so ausgegangen! Na 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 na... Äh... Noch, 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 noch! Noch, zwei, eins! Ähm... Granivaha wurde auch zu Tonhaido! Oh, Furio-Modus! Ist ja... Ja... Okay... Einmal rufen... Und nach Tara... Du machst jetzt mal... ...Lavita vielleicht... ...Lavita vielleicht! Und er hat's jetzt bei Bati auch schon fast erledigt! Und da-bam-bam! Energiefokus ist scheiße! Ich hab's doch hier vollgebracht! Aber mehr ist da auch nicht drinne! Ja, bis Megabeißen! Oh, zack! Oh, ein Despotar! Ich sag mal nix! Ich glaub, wer das Spiel kennt, der weiß auch immerhin! Ich hab' mir schlag! Ich komm' endlich zur Tore! Obwohl du ne... Ich setz' nie... ...I don't wanna shot ein... Ja, ja, ja... Oh, Mann! Hört auf mich zur Tore zu schroppeln! Wird doch weh! Hörstattacken! Ah, beißen, beißen, beißen! M-Biißen! Nicht sehr effektiv! Hat aber dafür ziemlich viel Schaden gemacht! Au! Rauhaut! Ich is hasse! Ja, Lico! Ist sehr effektiv! Ist sehr gut getoastet! Jetzt haben wir einen leckeren Backfisch! So! Perfekt! Mhm, mhm, mhm! You fail! Das darf doch nicht wahr sein! Ich fass mich am Kopf! Ich hab' Kopfschmerzen! Stimmt wie Mario an Kopfschmerzen! Ich geh' nochmal zurück! Einmal heilen! Einmal heile, heile machen! Der Typ, da nervt er zum Glück nicht mehr! Ja, ja! Blü, 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 blü. Düdl, 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 dümm! Alle sind wieder fit! Brr! Hm, 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 düm, dümmt, düm. So! So! Ah, du schon wieder! Bist du um für einer! Voll die Wollmütze auf den Kopf! Ähm ... Bis zum nächsten Mal.